Mein Name ist Mona Neubauer. Mein Name ist Stefan Engstfeld. Mein Name ist Yusrael Makrini. Mein Name ist Lukas Beetscharek. Ich bin 22 Jahre alt und dein Landtagskandidat für den Düsseldorfer Osten. Eure Direktkandidatin für den Düsseldorfer Süden. Ich kandidiere für den Düsseldorfer Norden. Denn ich finde, reden ist Silber, handeln ist Grün. Für Düsseldorf, fürs Klima, für alle. Gemeinsam fürs Klima. Denn Grün kann mehr als nur Öko. Unsere Stadt soll grüner werden. Ich will, dass wir vorbereitet sind auf die Folgen der Klimakrise. Dafür braucht es Geld, Investitionen. Und die sind möglich und müssen getätigt werden. Düsseldorf braucht Unterstützung, um die Stadt klimaresilient zu machen. Die Chance ist riesengroß. Es ist Zeit für eine Politik, die auch entsprechend handelt. Konsequent in eine gute Zukunft. Das gilt auch für unser wunderschönes Düsseldorf. Wir brauchen ein Schulsystem, was alle Kinder und Jugendlichen mitdenkt. Und ihnen digitale Endgeräte für ihren Bildungsweg zur Verfügung stellt. Bildung darf nicht mehr vom Geldbeutel abhängig sein. Und genau dasselbe gilt für unsere Gesundheit. Der Wohnungsmarkt ist in einer fatalen Schieflage und für die meisten Menschen kaum bezahlbar. Ich werde mich für eine Wohnungspolitik einsetzen, die die MieterInnen stärkt. Dafür werde ich mich stark machen. Denn Politik kann nur für euch, von euch und mit euch funktionieren. Mein Name ist Mona Neubauer. Ich kandidiere für den Düsseldorfer Norden. Mein Name ist Stefan Engstfeld. Seit über zehn Jahren bin ich Düsseldorfer Landtagsabgeordneter von Bündnis 90 Die Grünen. Mein Name ist Yisrael Makrini. Ich bin 28 Jahre alt, Apothekerin von Beruf und eure Direktkandidatin für den Düsseldorfer Süden. Mein Name ist Lukas Beetscharek, dein Landtagskandidat für den Düsseldorfer Osten.